hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen runde farmers dynasty es ist schon spät am abend wir gehen erstmal eine runde schlafen damit wir wieder schön ausgeruht sind ja immer bis 6 uhr schlafen haben wir jetzt wieder 100 punkte sind wir voll ausgeruht so essen könnten wir noch ein bisschen vertragen haben wir nur 72 punkte können wir kürbis essen der bringt 20 punkte jetzt sind wir fast volle pulle dann wollen wir doch mal den nächsten tag genießen ja und wir haben letzte folge gepflügt das heißt wir müssen jetzt grüben wir wollen ja auch das zweite feld jetzt was anbauen von daher müssen wir jetzt hier erstmal durch so dann gucken wir mal gepflügt glatte 100 prozent wir haben nichts übersehen so wollen wir doch mal mit dem grubber hier rüber der ist zum glück ein bisschen breiter geht also ein kleines bisschen schneller als das pflügen so 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 das grubbern geht deutlich schneller als mit dem pflug das macht zumindest schon mal ein bisschen mehr spaß ich bin schon mal gespannt drauf wie lange wir hier spielen müssen bis wir die ersten neuen maschinen kaufen können und ja da wäre glaube ich ein besserer traktor wäre glaube ich am anfang so eine der ersten investition oder was meint ihr so was würdet ihr so jetzt als erstes kaufen sobald wir natürlich genug geld zusammen haben also mit bessere gerätschaften so größerer flug oder so da glaube ich nicht dass der kleine traktor hier das den pflug nachher ziehen kann würde ich mal sagen fangen wir mit einem neuen traktor an sobald wir das nötige geld haben aber vielleicht machen wir auch vorher noch was anderes wir müssen mal gucken wie lange das so dauert bis hier die erste ernte von unseren jetzt gesäten braucht bis wir das ernten können so 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 ja und da müssen wir auch jetzt mal gucken Was war das denn für ein Schatten hier gerade? Da müssen wir mal gucken, wie wir jetzt, wenn wir jetzt längere Wachstumszeiten haben, wie wir am besten Geld verdienen, bis wir wieder unsere Felder ernten können oder das Gewächshaus, wie auch immer. Da bleibt ja dann wahrscheinlich nur die Möglichkeit, noch ein paar Aufträge anzunehmen, so für die Nachbarn wieder irgendwie Felder bearbeiten, wie auch immer, je nachdem, was sie da haben. Das war's. Das war's. Also immer beim Grubbern, da bricht der Traktor ständig aus, ich bin hier nur am Korrigieren. Beim Flügeln war das jetzt nicht ganz so schlimm. Da musste man zwar auch gelegentlich korrigieren, aber hier ist man ja nur am Lenken. Da war's. Da war's. Da war's. Da war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, da haben wir es auch schon gleich geschafft. Deutlich schneller als das Flügen. Also ich würde sogar sagen doppelt so schnell. So, da haben wir es auch schon wieder. Ja, gleich haben wir es noch einmal hin, einmal zurück und dann ist das Grubbern soweit fertig. Dann brauchen wir nur noch Seen. So, da haben wir es noch einmal hin. so man kann ja wirklich mit dem Grubber hier auch über das Gras gehen dann wird das ganze Gras hier quasi entfernt können wir hier die Reihe mal lang gehen so das war das so wir können glaube ich auch ein bisschen vernünftiger machen können wir hier überall die Luken aufmachen hier ist ja die Tankstelle ja genau mit der Tankstelle da wollte ich wollte ich auch mal ausprobieren aber vorher würde ich mal sagen fahren wir erst mal ein paar Gerätschaften hier rein damit die ja nicht immer draußen stehen da können wir hier überhaupt rein ja auch gerade so da können wir mal runter so machen wir mal so koppeln wir mal ab dann machen wir hier den Grubber rein davor könnten wir vielleicht noch den Flug machen der nimmt ja nicht so viel Platz weg dann haben wir quasi die erste Bearbeitung quasi hier in einem Platz so jetzt wollte ich einmal ausprobieren wir können ja mal ja tanken wollte ich sagen komm komm wir hier rein wenn die Sehmaschine hier nicht im Weg ist ja wenn man reingefahren ist jetzt mit der Enter-Taste tanken so gefüllt 14 Liter also wird Zeit ja hier können wir also jetzt schön günstig tanken ja genau dann können wir also einmal hier den Tank voll machen dann tanken wir jetzt immer hier so und das Sehen da machen wir dann in der nächsten Folge weiter dann haben wir das zweite Feld auch schon vollständig so und das Sehen da machen wir dann in der nächsten Folge weiter dann haben wir das zweite Feld auch schon vollständig bearbeitet weil düngen können wir nicht mehr weil wir keinen Dünger mehr haben so ich wollte jetzt noch einmal gucken die Hühner die sind glaube ich wieder draußen ja ich wollte ja mal gucken wie das nachts aussieht ob die reingehen oder ob die immer nur draußen sind so von wegen der Animation und so ja und wir haben ja einen neuen Tag wir können ja mal im Gewächshaus einmal gucken ob sich da schon irgendwas getan hat nach einem Tag sieht nicht so aus ne da waren sowieso immer zwei Pflänzchen pro Schale ja genau da hat sich nichts getan also hier gucken wir jetzt regelmäßig einmal rein mal gucken in welchen Wachstumsstufen hier so das angezeigt wird ja dann würde ich mal sagen was das für heute machen wir hier erstmal ein kleines Päuschen und ja dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn wir das zweite Feld jetzt mit Gerste sehen werden ja würde mich freuen wenn du wieder dabei bist und ja dann noch einen schönen Tag und dann bis morgen vielen Dank fürs zuschauen tschüss und noch eine